Ja so hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2 Ja im letzten Part haben wir schon die ersten zwei Rennen gemacht, eins mit dem Porsche 911 Carrera S und hier eins mit dem schönen Aston Martin V12 Vantage Ja und jetzt würde ich sagen, erstmal Auto anschmeißen und los, weg hier Kamera mal bitte hinter Boah das hoppert scheit Zum Glück haben wir ja Geländereifen drauf, das waren so die ersten Features die wir freigeschalten haben Ah ich denke mal das wird euch noch gut in Erinnerung zeigen Oh und was haben wir denn hier Oh oh oh, jetzt aber ein Ford 40 Ford GT40 in Callahan Industrials Dann holen wir uns den mal, schauen wir uns den mal an Ford Ford GT40 ist ja der Nachfolger Ford GT40 Ford GT40 hieß er damals ja, weil er genau 40 Fuß hoch war Äh ne 40, Entschuldigung 40 Fuß wäre doch recht viel Genau 1 Meter Und jetzt hören wir uns erstmal den an würde ich sagen Das finde ich cool, dass wir das mit eingebaut haben Oh der fährt sich jetzt schon anders auf jeden Fall Rundkursrenn auf dem zweiten Platz Ja ich würde sagen, dann machen wir das auch gleich mal Testen wir mal, wie wir damit so klarkommen Wir brauchen, wir haben schon 32.000 Speedpoints und brauchen jetzt nur noch 28.000, dass wir schon den ersten Blacklist Gegner herausfordern können Okay, warum das jetzt halt alles so rot war Gute Frage Ich kann es euch leider nicht sagen Ich frage mich auch, warum die Ansicht so behindert von der Seite ist Okay, das Auto Oh, geil, Lexus Aber diese 3000 Meter Driftende, das wird ja eine Höllenherausforderung Das, ob wir das mal schaffen Hm Das ist dann doch frag Oh Fragwürdig Jetzt haben wir ja noch verfahren fast Na Diese Gegner Das ist halt das Burnout Mäßige Dass die auch einen total rammen und alles voll reinfahren Und warum werden wir jetzt hier überholt Ich bin hier voll am Gas, Leute Ja So, jetzt wegen Speedpointes sammeln Wenn wir das Rennen schon wahrscheinlich nicht mehr gewinnen können Wir sind auf jeden Fall schon Verhandlungsstufe 3 Einfach so Okay Ob wir da einmal auf 6 kommen Das ist halt natürlich die andere Frage Aber ich denke, wenn wir jetzt schon Einfach so auf 3 sind Dann soll der 6 ein kleines sein Von wir haben jetzt halt ja erst hier Zwei Paar Ats Und sind schon so weit Also das hier ist jetzt auf jeden Fall unser erstes Ohr Lundkursrennen Ich will jetzt gerne da vorne noch reinkommen Ja, jetzt haben wir hier schon wieder Bullen Wenn man zum Beispiel in der Polizeiverfolgung fährt Und jeder kennt die Nagelbretter von denen Wenn man da durchfährt, so haut es logischerweise die Reifen Kann man aber dann über das Easy Drive Menü Ganz einfach die Reifen wechseln und weiterfahren Ob das jetzt halt so die Realitätsfaktor hochtreibt Ist halt fragwürdig Ich glaub's nicht Ich fahr uns jetzt hier Ein schöner McLaren MP4 12C Sehr genial Ein sehr schönes Auto Falls ihr mal 200.000 übrig habt Schickt sie mir Ich kauf mir dann so eine Karre Definitiv kauf ich mir lieber sowas Als irgendwie keine Ahnung Also wir sind jetzt doch noch ganz gut dabei Mit Position 2 Wenn ich jetzt mal auf der Straße fahren würde Würde es eventuell noch besser klappen Oh Es wird schwer an den noch ranzukommen Da der echt extrem nice fährt Und ich mit dem dicken Klumpen von Ford Nicht wirklich klarkomme Was ist das? Ein Audi? Oder ne, ein Mercedes Mercedes SL65 AMG Wahrscheinlich noch in der Black Series Oh, und da kommt da wieder so ein Gerät dazu Plötzlich So, Position 1 Boah, Mann Voll der Kampf hier um die ersten Plätze Ich hab gedacht, da das wieder ein dynamischer Schwierigkeitsgrad ist Wird es doch recht leicht Aber, tja Leute Da hab ich mich wohl geirrt Zentrale könnt ihr uns mit Straßenschweren aushelfen Und es ist einfacher sie zusammenzuschnappen als einer Einzelkauer So, das ist Ziel Und das ist doch noch der Sieg one Sehr perfekt Redshift erster geworden Modsfreigeschalt, Geländereifen und Nitro-Brenner Ja, wie immer Ist ja jetzt nichts neues Jetzt haben wir, oh 12.000 Speedpoints Und jetzt brauchen wir noch Äh, 12.700 Um gegen Alpha antreten zu können Ne, sehr gut Und jetzt sind wir hier noch mitten in der Polizeiding drinnen Und müssen hier Flüchtner Scheiße Das wird hart Unsere erste Verfolgungsjagd Leute Oh, die Strecke kennen wir Boah, auf dem nassen Zug fahren Das ist gar nicht cool So, ich schmeiß jetzt mal schnell Geländereifen drauf Ah, dann fährt sich das doch gleich viel besser An sich ist das ja eine coole Idee Aber, ja Boah Wen zu früh eingelenkt Oh, hier haben wir noch einen anderen Ford Müssen wir uns merken in Calhoun Industries Da sehen wir den rechts Diesen Pickup Truck Und links wäre nochmal unser S-Martin Vantage Oh, die sind hartnäckig Und da, oh, ein SRT Dodge Wo kommen wir hier jetzt halt wieder raus aus dem Scheiß Oh, ich Sehr geil Ah, like Und dann jetzt halt nehmen wir hier die Polizeisperre mal voll mit Zack Straßensperre Plus 250 Was ist das denn hier? Achso, okay Einfach nur jetzt sind wir hier am Hafen, glaube ich Oder? Ja, jetzt zieht man nach Hafen auch Ah, und das sind jetzt diese Sicherheitstore Links unten wurde das jetzt halt aktualisiert Haben dafür natürlich wieder Punkte bekommen Wie für alles was wir tun Ändern wir gleich nochmal unsere Farbe Oh, die Farbe ist geil Dann haben wir hier eine Speedwall Mit 209 kmh Und jetzt fahren wir durchs Gelände Das hört sich cool an, wie der Dreck in die Radkästen klatscht Das finde ich cool Wahrscheinlich sollte man immer so die Reifen direkt wechseln Wenn man Ähm, wenn man Zum Beispiel auf Gelände fährt Gleich Geländereifen drauf Wenn man aber auf die Straße zurückkehrt Gleich wieder Ähm, ja Straßenreifen, Serienreifen drauf Und Zack Was? Alter, was soll das? Scheiße Das sind viele Ähm, was war jetzt dieses Ausgeschaltet? War das jetzt Für mich Oder für den Kopf, den ich ausgeschalten hab Aber ich möchte da jetzt ganz gern mal zurückfahren Ich hab da ein interessantes Auto gesehen Ich glaub das war das Ariel Zeichnen Ausgeschaltet Für wen? Ah, okay Dann kommt da unten so eine Gestelltleiste Alles klar Okay, okay Ich hätt jetzt echt nicht gedacht Dass man das so harte Verfolgungsjärten Gleich am Anfang hat New Also diese Sprünge Find ich ganz cool Verkehrstake Verkehrstake down Wah Alles klar Oh, in der Fluchtphase Ja, ich flieh jetzt hier mal mit Vollgas Bloß wo war jetzt Dieses coole Auto Flucht Jetzt hat es geschafft Das mal zur kurzen Erklärung Wenn die uns jetzt hier nicht finden Ihr seht jetzt Links unten Am hinteren Das ist ein Korb Ich muss noch nicht fahren Oh oh Der kommt sogar schnell Oh oh Scheiße Nein Fuck Ich hab gedacht Ich kann das schlau machen Weil unten auf der Fahrbahn Wäre mir auch einer entgegengekommen Mist Auf jeden Fall Ihr habt es sehen Links unten rechts Neben der Minimap Wurde dann so angezeigt Dass das runter geht Diese paar kleinen Balken Jetzt Mal runter von der Oh scheiße Mal runter hier Mann 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 Auf jeden Fall Haben wir jetzt hier mal Eine schöne Erkundungstour gleich Finde ich eigentlich auch nicht schlecht Dann erkennen wir ein wenig Oder lernen wir gleich ein wenig Die Stadt kennen Die Stadt ist ja Fairhaven Ist ja auch wieder nur eine fiktive Stadt Aber ehemlich Denke ich mal New York sehr Die wollen nicht aufgeben Da drin gibt es bestimmt geile Karten Obwohl Audi A1 Den nehme Den muss ich nehmen Unbedingt A1 Club Sport Quadro 250 PS Aus einem 1,4 Liter Motor Nein Sehr schnuckliges Auto Fertig aber extrem böse Direkte Lenkung Wieso Also ich habe gedacht Ich kann jetzt einfach durch Aber das finde ich jetzt um Maserati Haben wir hier An der linken Seite Mann Ich will jetzt da entkommen Wenn es geht Da lang fahren wir Okay dann fahren wir jetzt einfach mal hier lang Ich denke mal da werden sie nicht her kommen Und dann hier da ist Zack Verstanden Bitte Position durchgeben Over Oh oh doch Die kommen hier echt sogar her Na das ist cool Verdächtiger weiterhin nicht in Sicht Brauchen eine Sektorsuchung Um ihn zu finden Over Also hier drin findet uns niemand Over Da warten wir jetzt halt einfach Jetzt noch mal zur Erklärung Jetzt haben wir die 1 noch stehen Und es läuft runter Und Zack Kops Außerschalt 3 Stück In 10 Minuten Also hier steht jetzt der A1 wieder Sieht schon noch ein wenig besser aus Aber der ist echt Ich finde ihn total cool Hier das typische Audi LED Ist auch nicht schlecht Also gefällt mir Ihr wisst ja Audi und ich Da stimmt was Aber sonst steht hier glaube ich Keiner mehr rum Oder Ne es wäre auch zu schön Jetzt Jetzt nehmen wir erstmal hier das EA Schild mit Der hat diese Auspuffrohre Wie es aussieht hier an der Seite Rückwärtsgang Und jetzt hat Vollgas Der kommt nicht mit Mit Schalten und Zack Reklame Tafeln zerstören Bringt ihr Punkte Wie wir wissen Und hier hätten wir jetzt noch Oh Wow Oh schick Was ist denn das Das ist ein M5 Oder das ist ein M3 Der ist ein M Ah ok Das ist ein E92 E92 M3 Gtr Oder GTS Ich würde sagen Den holen wir uns Aber Ja Wir holen ihn uns einfach mal Also wir haben jetzt schon Mods die Autos Ja das ist ein M3 Coupé Ist klar Der geht natürlich gleich Wen anders los Wie so ein A1 Mit 250 PS Aber ruhig ist er Und Felgen Boah Scheiße Nicht abstürzen Hier Kacke Da wäre es ordentlich runtergangen Aber Felgen genau Da haben sie auch nicht gerade Die schönsten drauf Sind ja voll die Rentnerfelgen Okay Nichtsdestotrotz Erstmal ein Burnout hinlegen Und dann Feuern Gut Ähm Jetzt hat man auch genau Noch eine andere Sache Schnell Wenn ich jetzt Easy Drive Aufmache Und ich meine Wagen Anschau Ah dann können wir nachgucken Natürlich welche wir haben Aber leider nicht Wo wir sie gefunden haben Ähm Ah okay Okay Das sehen wir jetzt Wie der Audi zum M3 steht In der Beschleunigung ist der Audi Ähm Besser Höchstfähigkeit schlechter Steuerung besser Ähm Gewicht Ist er auch besser Weil es weniger Gewicht ist Gelände Ist er Um einiges besser Und Robustheit sind sie total gleich Aber M3 ist halt mehr so ein Sportauto Und der A1 ist halt Ja Äh was hat es jetzt einfach weggemacht Wagen Bug Bug Mono In Callum Industries Okay Habe ich gar nicht Hä Warte Leute da muss ich mal Zum Wagen springen Ich habe den doch nicht gehabt Das Auto bis jetzt hat Oder irre ich mich Dann bitte Klärt mich auf Aber ich wüsste es nicht Dass wir das Den Backschuh haben Bug Mono Alte Schwede Das Auto hat mir definitiv noch nicht Wow Boah der geht ja brachial los Okay dann gehen wir so Jetzt mal bleiben wir erstmal hier stehen Am Wagen BMW Den M3 logischerweise Den Ford GT Den Porsche Und den SRT Dodge Charger SRT8 Den sind wir auch noch nicht gefahren Aber der ist auch in Callum Industries Dann hocken wir uns jetzt nochmal in das Auto auch rein SRT Neues Most Wanted Rennen verfügbar Ah ok Genug Speed Points Um einen Most Wanted Fahrer herauszufordern Finde und besiege ihn Nimm dir seinen Wagen Und sei einer der Most Wanted Ja alles klar Ich würde aber sagen Das machen wir im nächsten Part Ich danke euch auf jeden Fall jetzt fürs Zusehen Wünsche euch wie immer einen schönen Tag Macht's gut Und auf Wiedersehen Ich bin's Euer Flashy Ciao